Wenn es um eine Arbeit mit Tieren geht, denken die meisten wohl zunächst an den Beruf des Tierarztes oder der Tierärztin. Doch es gibt auch viele weitere tierische Berufe. Wer studieren möchte, kann neben dem Fach Tiermedizin, Veterinärmedizin auch die Studiengänge Biologie, Meeresbiologie, Tierwissenschaften oder Zoologie wählen. Bei den Ausbildungsberufen ist die Auswahl ebenfalls groß. In Kontakt mit Tieren kommt man beispielsweise auch als Tierwirt oder tiermedizinischer Fachangestellter. Die Agentur für Arbeit Balingen bietet zu diesem Thema am 3. Mai einen Experten-Chat an. Die Experten erklären dann auch, was man für einen Beruf mit Tieren mitbringen sollte. Mehr Infos zum Chat finden Sie unter der eingeblendeten Homepage.